Der Türöffnerkrieg Vor 15 Jahren begann die NATO mit der Bombardierung Jugoslawiens. Welche Lehren sind aus dem völkerrechtswidrigen Angriff zu ziehen? Und was hat das mit dem Ukraine-Konflikt heute zu tun? Am 24. März jährt sich der Beginn des NATO-Angriffs auf die Bundesrepublik Jugoslawien zum 15. Mal. Der von der UNO nicht mandatierte Krieg versetzte die Bevölkerung Serbiens und Montenegros 78 Tage und Nächte lang in Todesangst. Tausende Menschen wurden getötet, Land und Infrastruktur nachhaltig geschädigt. Der Propaganda-Feldzug, der den Menschen weltweit weismachen sollte, dass es sich nicht um einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg handelte, sondern um eine humanitäre Intervention zur Rettung von Menschen im Kosovo, war gewaltig. Dies gilt überdies für die ganze Phase der Zerstörung Jugoslawiens, in der der Bombenkrieg von 1999 den militärischen Höhepunkt bildet und die 1991 mit der Anerkennung der Sezession Sloweniens und Kroatiens begann, den Krieg in Bosnien-Herzegowina brachte und allen voran von Deutschland und den USA betrieben wurde. Die NATO-Bombardements richteten sich zu über 80% gegen zivile Ziele. Wohnhäuser, Kliniken, Arbeitsplätze und Schulen wurden zerstört. So hat der Krieg dem im Herbst 2000 folgenden Regime-Change den Weg bereitet. Der Widerstand der Regierung unter Slovoda Milosevic gegen die Diktate von Weltbank, IWF und Pentagon wurde gebrochen. Gehorsame Marionetten folgten. Mit der Abtrennung von Montenegro und später der Anerkennung des von Terrorbanden regierten Kosovo wurde das Territorium weiter zerstückelt. Mit der Gründung eines UN-Charter-widrigen Ad-Hoc-Tribunals in Den Haag richten die Aggressoren über die Angegriffenen. Welche Lehren lassen sich rückblickend ziehen? Dazu Vera Richter, stellvertretende Vorsitzende der DKP. 1999 überfiel Deutschland gemeinsam mit der NATO den souveränen Staat Jugoslawien. Dieser Bombenkrieg war ein Bruch des Völkerrechts, erklärt der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder, einer der Hauptverantwortlichen nun lapidar. Angeblich sollte er das zweite Auschwitz, so Josef Fischer, Grüne, verhindern. Dazu erfand der damalige SPD-Kriegsminister Rudolf Scharping die Legende vom Hufeisenplan, das Massaker von Ratschak, gegrillte Föten und abgeschnittene Kinderköpfe. Nur wenige widerstanden der Propaganda. Für das wiedervereinigte Deutschland war es ein Befreiungsschlag. Endlich durfte es im Kampf um Einflusszonen und den ungehinderten Zugang zu Märkten und Rohstoffen in aller Welt wieder mitschießen. 1999 wurde die Kultur der militärischen Zurückhaltung durchbrochen. Die Bundespräsident Joachim Gau, Kriegsministerin Ursula von der Leyen und Außenminister Frank-Walter Steinmeier heute ein für allemal beenden wollen. Wie Schröder, Scharping und Fischer 1999 geben sie die Sprachrohre für die eigentlichen Kriegstreiber des Großkapitals, das wie früher seinen Platz an der Sonne erbomben will. Das neue Großdeutschland zerbrach die Einheit Jugoslawiens durch die Anerkennung Sloweniens und Kroatiens 1991 sowie durch die Ausrüstung der Terrororganisation UCK im Kosovo. Bei ihr lernen heute die Freiheitskämpfer in Syrien. Jetzt erleben wir ähnliches in der Ukraine. Nun soll Russland durch die NATO, EU und wieder allen voran Deutschland geschwächt und eingekreist werden. Dazu wird wieder der Nationalismus angestachelt, Ultranationalisten und Faschisten werden hochgepäppelt und ausgerüstet. Die Bevölkerung wird betrogen. Ohne das hätte der blutige Putsch in Kiew nicht organisiert und durchgesetzt werden können. Wieder sind es hierzulande wenige, die dem Einheitsgeheul des deutschen Imperialismus widerstehen. Es gilt eine antimilitaristische Bewegung zu formieren, die sich von den Lügen der Menschenrechtskrieger nicht beirren lässt und die wahren Kriegsgründe aufzeigt. Alexander Neu, Mitglied des Bundestages und Obmann der Linksfraktion im Verteidigungsausschuss Die NATO konnte nur mit einem neuen Selbstverständnis und einem offensiven Auftrag das Ende der Bipolarität überleben. Die 1991 begonnenen Sezessionskriege in Jugoslawien kamen zur rechten Zeit an der richtigen Stelle. Ein Bürgerkrieg in Europa außerhalb des NATO-Territoriums. Zunächst hatte die NATO der UNO den Vortritt gelassen, sich in die inneren Angelegenheiten eines souveränen Staates offen einzuwischen und die gewaltsamen Sezessionsprozesse vor allem im Interesse Deutschlands zu befördern, allerdings nur um das Scheitern der UNO zu provozieren. Zugleich setzte sich die NATO dann wie selbstverständlich an die Stelle der UNO. Der NATO-Krieg 1999 und die Schaffung der fast monoethnischen Kolonie Kosovo bilden den logischen Schlusspunkt der westlichen Unordnungspolitik. Die Militärinterventionen gegen Jugoslawien stellen vielfache Präsidentsfälle und Zäsuren dar. Heute werden westliche Interventionen und Völkerrechtsbrüche weitgehend als selbstverständlich betrachtet. Abgesehen von der Linken beschwören die politischen Parteien und nahezu alle Medien ein globales Gestaltungsrecht und eine Interventionspflicht Deutschlands und des Westens. Das zeigen auch die jüngsten Ereignisse in der Ukraine. Die zentrale Lehre aus dem Jugoslawienkrieg ist, den Westen nicht als Vermittler bei zwischen- oder innerstaatlichen Konflikten zu akzeptieren. Er verfolgt keine neutrale und auf Ausgleich und an Völkerrechte orientierte Globalpolitik, sondern pure geostrategische und geoökonomische Interessenpolitik, notfalls mit Gewalt. Auch den sogenannten Nichtregierungsorganisationen, den NGOs und politischen Stiftungen sind keine Gestaltungs- und Einflussmöglichkeiten in Konfliktländern zu ermöglichen. Die jeweiligen nationalen Organisationen sind darauf zu prüfen, ob sie vom Westen gesteuert werden. Wladimir Krislanin, bis zum Umsturz am 5. Oktober 2000 jugoslawischer Botschafter und Sekretär für internationale Beziehungen der Sozialistischen Partei Serbiens unter Slobodan Milosevic, heute Präsident der Bewegung für Serbien. Die NATO-Aggression gegen unser Land war der erste und bis jetzt einzige Krieg, der von der gesamten NATO geführt wurde. Er war die gewalttätigste Phase im komplexen Krieg, den das Euro-Atlantische Empire gegen ein freies, erfolgreiches, sozialistisches und föderales Land geführt hat. Dieser Krieg begann 1991 und reicht bis zur ersten bunten Revolution im Jahre 2000 in Serbien. Die Aggressoren bedienten sich aller mittel- und krimineller Handlungen. Unterwanderung, finanzielle und wirtschaftliche Strangulierung, Missbrauch der UNO, Sanktionen, internationale Strafgerichtsbarkeit, Propaganda, Terror, organisiertes Verbrechen, Bombenkrieg, Paramilitärs und NGOs. Das Ergebnis war die Ausspaltung Jugoslawiens in sechs kolonial abhängige, halbbesetzte und besetzte, überschuldete Länder mit ruinierten Wirtschaften und der Aussicht auf weitere Konflikte und Abspaltungen. Die Reihe der Kriege gegen Jugoslawien, Irak, Afghanistan, Libyen, Syrien und die Ukraine zeigt, Russland wird mit dem Ziel seiner Zerstörung immer enger eingekreist, da es ein Hindernis für die Weltherrschaft darstellt. Das Euro-Atlantische Empire verbündet sich mit Faschisten, wahhabitischen Terroristen und Drogenkartellen und muss deshalb als gefährlichste Bedrohung der Menschheit in der Geschichte verurteilt, aufgelöst und ersetzt werden, so wie es mit dem Nazi-Faschismus geschah. Rolf Becker, Schauspieler-Gewerkschafter, reiste mit Gewerkschaftskollegen als Gruppe, Dialog von unten statt Bomben von oben, während des NATO-Angriffs nach Jugoslawien. Die Lüge wird zur Weltordnung gemacht, schreibt Franz Kafka in der Prozess, dessen Niederschrift im Juli 1914 mit der Kriegserklärung Österreichs gegen Serbien und damit dem Beginn des Ersten Weltkrieges zusammenfällt. Die Aussage steht auch für den NATO-Überfall auf Jugoslawien vor 15 Jahren. Er war der dritte Angriff gegen das Balkanland mit deutscher Beteiligung innerhalb eines Jahrhunderts, sowie der Erste Angriffskrieg Deutschlands seit dem Zweiten Weltkrieg. Seitdem beteiligt sich Deutschland an zahlreichen Kriegen, den mehrfach modifizierten verteidigungspolitischen Richtlinien, entsprechend für den ungehinderten Zugang zu Märkten und Rohstoffen in aller Welt. Was aus der besorgniserregenden Entwicklung in der Ukraine wird, wissen wir nicht. Doch schon nach unserer Serbienreise während des NATO-Überfalls wurde klar, was mit dem Krieg, dem Ausbau US-amerikanischer Militärpräsenz im Kosovo, zu weiträumig nutzbaren Basen, den NATO-Manövern im Baltikum und an der Südflanke Russlands unter Einflussnahme auf die Entwicklung der früheren Sowjetrepubliken zwischen Schwarzem und Kaspischen Meer nach dem Fall der Mauer anvisiert wurde, die heute unübersehbare Umzinglung Russlands und Chinas. Gegen den Jugoslawienkrieg gab es 1999 nur vereinzelt Proteste. Erst im Nachhinein begann das Hinterfragen des von Politik und Presse propagierten humanitären Einsatzes für Menschenrechte. Als Folge gingen gegen den Irakkrieg im Februar 2003 eine halbe Million Menschen in Berlin auf die Straße, doch seitdem nicht mehr. Nicht gegen die Verteidigung Deutschlands am Hindukusch, die Kriege im Nahost, in Libyen und schon gar nicht erst gegen die Ausblunderung Griechenlands und der übrigen Südstaaten Europas. Wir sollten die Warnung einer griechischen Kollegin bedenken. Bald werden auch die Menschen bei euch in Deutschland an die Reihe kommen. Wenn die Rettungsprogramme explodieren und die Kredite nicht zurückbezahlt werden können, dann wird es ein Loch im deutschen Haushalt geben und ihr dürft mal raten, was geopfert werden soll, um es zu stopfen. Eure Renten, eure Sozialleistungen, eure Erziehung, eure Gesundheitsversorgung. Die Bühne wird bereitet für eine tiefe Spaltung zwischen den Völkern, während die tatsächlich Verantwortlichen weiterhin ihr Business as usual machen. Diejenigen unter euch, die verstehen, was tatsächlich vorgeht, könnten wenigstens versuchen, die anderen zu warnen. Zitat Ende. Klaus Hartmann, Bundesvorsitzender des Deutschen Freidenkerverbandes, Vorstandsvorsitzender des Internationalen Komitees Slobodan Milosevic. Als am 24. März 1999 die NATO-Aggression gegen Jugoslawien begann, log uns Bundeskanzler Schröder unverfroren ins Gesicht. Wir führen keinen Krieg. Wir nannten die Aggression sogleich beim Namen Völkerrechtswidriger Angriffskrieg. Später verwies Schröder selbst stolz auf seine Leistung der Enttabuisierung des Militärischen in unserem Land. Heute bekennt er, gegen das Völkerrecht verstoßen zu haben. Da haben wir unsere Flugzeuge nach Serbien geschickt und die haben zusammen mit der NATO einen souveränen Staat gebombt, ohne dass es einen Sicherheitsratsbeschluss gegeben hätte. Unsere Warnung, der NATO-Angriffskrieg würde ein Türöffnerkrieg für weitere Kriege des Imperialismus sein, haben damals viele belächelt, für absurd oder für eine Verschwörungstheorie gehalten. Doch als Springerswelt im letzten Sommer einen Krieg gegen Syrien herbeisehnte, las man, Kosovo-Krieg soll Blaupause für Syrienschlag sein. Nach Jugoslawien standen Afghanistan, Irak, Sudan und Libyen auf der Zerstörungsagenda. Der verdeckte Krieg gegen Syrien, die permanente Drohung gegen den Iran. Immer müssen die politischen Führer ungehorsamer Länder dämonisiert und delegimitiert werden, um die öffentliche Meinung sturmreif zu schießen. Immer geht es um die Durchsetzung globaler Machtansprüche, die Kontrolle von Rohstoffen und Transportwegen und die Schwächung und Einkreisung Russlands und Chinas. Die, die seit Jahrzehnten demonstrativ das Völkerrecht verletzen, geben sich heute plötzlich lautstark als seine Graalshüter gegen Russland. Wie doch eine faschistische Junta in der Ukraine das Herz der westlichen Wertegemeinschaft erwärmen kann. Kein Zufall, dass in diesen Tagen russische Medien die prophetischen Worte von Slobodan Milosevic zitieren, der die slawischen Völker und Russland zur Einheit aufrief, damit ihnen das Schicksal Jugoslawiens erspart bleibe, nur noch Pickel auf der politischen Landkarte darzustellen, als neue Märkte für den teuren Schrott des Westens zu dienen und unter dem Modell amerikanischer Demokratie zu leben. Untertitelung des ZDF, 2020